Leute, es ist ja Zeit gekommen, dass ich mich räche. Und zwar Night Cry Max. Wie ihr hier sehen könnt, da und da und überall. Max hat oft Experimente mit mir gemacht und hat dabei einfach gecheatet. Das war nicht fair, Leute. Und wisst ihr was? Das Ganze geben wir dem heute mal zurück. Deswegen habe ich ein Treppenexperiment vorbereitet, meine Freunde. Wie ihr sehen könnt, es wird jede Stufe immer schwerer und schwieriger. Und ganz viele Autopare rausgeholt, damit wir wieder ein Battle machen können. Was Max aber nicht weiß ist, ich werde in jedes meiner Autos eine Jump-Funktion installieren. Damit ich die Hinterliste einfach überspringen kann, Freunde. Und dann werde ich mal sehen, wie ihm das schmeckt, wenn man gegen ihn mal cheatet, Leute. Deswegen lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt Max Bescheid. Denn ich rufe ihn an und fordere ihn heraus. Bis gleich. Und damit, yo, YouTube, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Max, mein Freund, herzlich willkommen zu dem kleinen Experimentos, mein Freund. Hast du wieder Lust zu verlieren oder was? Ja, Max, Max, weißt du, was das Ding ist? Was denn? Ich habe den Admin angerufen. Wie? Und zwar hat er jetzt ein Anti-Cheat hier installiert. Äh, okay. Max, ich habe mitbekommen, wie oft du gegen mich gecheatet hast. Deswegen habe ich ein Anti-Cheat jetzt hier auf GTA machen lassen. Und jetzt werden wir ein faires Experiment 1 gegen 1 machen. Okay, gerne. Trotzdem wirst du verlieren, Junge. Oh, große Worte. Mal gucken, was dahinter steckt. Deine erste Aufgabe ist ein Radio-Vickel-Battle. Damit wird mir entschieden, wer den ersten Punkt macht und das erste Paar aussuchen darf. Und eins. Oh, 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 okay. Oh nein. Also, Avi, also ein flacheres Auto hättest du dir nicht aussuchen können. Ach, schade Marmelade. Okay, fang ruhig an. Okay, das ist strong. Warte mal, Vehicle-Multipliers. 5-0-0, wie immer. Okay, 5-0-0. Okay, mach mal. Alles klar, alles klar. Okay, ey, kommst du überhaupt hier die Rampe hoch? Ja, gute Frage. Warte. Ja, easy. Oh, okay. Easy, Bro. Okay. Und einmal, hoppa. Und hoppa. Okay, gar nicht mal so schlecht. Hoppa, Max. Ey, der ist ja rückwärts voll gut, dein Auto. Ja, meiner ist rückwärts echt voll gut. Oha. Ah, okay, hier wird ein bisschen schwieriger. Na gut, Leute, da habe ich mich vielleicht zu früh gefreut. Och, Maxi. Ja, entspann dich, Bro. Entspann dich. Oh, ich bin sogar, komm, ich bin sogar eins runtergekommen. Sogar vorwärts schaffe ich's. So, okay. Ey, irgendwie ist das volles Glitch-Mobil, Junge. Ja, ist es auch Glitch. Ah, ich komme aber auch noch hoch. Ich komme auch noch hoch. Ja, richtig. Ja, aber warte, Max, warte. Oh, oh. Aber ich glaube, hier sind wir beide stuck. Nee, hier bin ich auch stuck. Ich glaube, das ist hier ein unentschieden, oder? Glaubst du, das ist ein unentschieden? Ich glaube, das ist meine Kamera hier so verpackt, Vater. Ich glaube, es ist ein unentschieden. Also, ich glaube, wir kommen hier beide nicht hoch. Sag dir ehrlich. Oh, 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 oh. Nein, Amir. Oi, oi. Ey, was war das denn? Bro, meins ist voll am Glitch-Mobil, Alter. Ich musste das ausnutzen. Guck mal, ich zeig dir was. Guck mal, guck mal, da. Aber mir ist irgendwie das Auto ganz komisch. Das wechselt irgendwie so komisch in die Kamera. Guck mal, was bei mir voll komisch ist. Guck mal hier. Warte. Aber jetzt krieg ich, dass ich mir jetzt hin. Hä? Warte. Guck mal, siehst du, wie mein Auto in der Treppe drin ist? Ja. Bro, ich bin weiter links gegangen, extra am Rand, weil das da diese Erhöhung ist. Das hat mich hochgeglitscht. Ja, boah, ich versuche hier nochmal über den Rand. So, Max, damit steht es wohl wahrscheinlich 1 zu 0. Ja, gut, okay, 1 zu 0, 1 zu 0 für dich. Ich nehme mich so hin. Also, ich weiß nicht, was du da für ein Auto hast. Hast du jetzt auch mal Glück gehabt. Ja, komm. Wir machen eine kleine Entscheidung hier. Und weil das hier so schön tief ist, da hole ich mir hier den Peugeot. Naja, okay, vielleicht ist das ja auch so ein Auto, wie du gerade eben hattest. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Eins weiß ich, Max. Du musst verlieren, mein Freund. Wir werden sehen. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, mein, er ist schnell. Oh, 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 oh. Ah, mein, er ist daneben gejumpft, meiner ist daneben gejumpft. Mein, er ist daneben gejumpft. Okay, Max. Ey, Bro, ich habe so... Leute, wir werden ein paar Mal ihn gewinnen lassen. Ich habe so einen Lucky Jumper gemacht. Oh, mein Gott. Amir, das war's für dich. nein ach schade das 1 davor hier zu mir kommst du nicht einmal sollte glaube ich auch nicht also ich habe jetzt nicht noch mal versuchen alter schade zudem ist vorbei ok mark 1 1 hat sich wohl falsch entschieden da war der lucky jumper ein bisschen stärker ist aber kein problem weg sind weil das noch lange nicht vorbei aber jetzt einfach ein auto spawnen dem gegner geben auf locker flock ich glaube aber du hast es schon das bessere auto zum treppenfahren um ehrlich zu sein weil ein viel flacheres auto kann man ja gar nicht aber die kaugummis vom bordschirm das erste ding juckt ja bin ich mir auch nicht so sicher vielleicht kann ich ein lucky jumper aber ich glaube bei mir ist ja auch schon schluss ja bei mir ist ja okay krass ja das halt weil ich schnauze dazu macht der baust warte nein 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 jetzt setze hier auf komm schon achten verdammt der heckantrieb komm ich glaube an dich mag ich bleib sagen hier stehen machst du da gerade eine wand nein nein ich habe gepackt mein auto ist kaputt gegangen ja nein ja ja bro armin du stehst hier ein bisschen im weg bro komm ich bin nicht so alter der ist voll gut ich gehe sogar weg ich kann eh nicht mehr gewinnen leute wir gucken ob max das ganze noch schafft oder nicht aber wenn ich jetzt hier noch mal hoch kommen glaube ich nicht dann hätte ich echt tops genommen glaube ich nicht naja das ganz hoch da das problem ist man setzt hier auf ja 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 gut okay sagen wir unentschieden aber schon immer noch 11 aber weißt du was max weil du mein gast ist darfst du das nix autopaar aussuchen ok auf korrekt gut sind ja beide relativ sportlich und flach komm ich nehme ja ich nehme den lambo ich nehme den lambo und dankeschön wie immer lambo power ja ok alles gut alles gut nur so wo sie den ferrari nehmen ich wollte die ferrari sowieso haben weil es meine regel in gta ja 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 bitte schade nur hier und bist du denn da gerade über alles drüber geflogen das sind diese ferrari ist die jumpen richtig brutal aber gerade hat schon glück perfekt gelandet ich glaube ich kann das nämlich schon aufgeben du bist ja zwei stufen weiter guck mal guck mal meine schafft sogar fast noch hier hoch zu gehen ja ich gehe alles gut ich gebe auf ich bin auf der punkt geht an ich gebe auf jeder hat sich bisher falsch entschieden na das stimmt egal wir machen jetzt mal einmal kommen wir uns richtig entscheidend haben wir zwei autos born und eins davon dürfen wir auswählen nein ich habe links außersehen vergessen auszumachen aber egal das auto hier geholt 1 und so mein erstes auto ist schon sehr nice hier ich habe op auto sogar ich glaube der ist besser als ein audi hier und ich kann sogar schießen ja keine sorge weiter komme ich nicht oh mein gott oh mein gott 2 gedrückt oh nein haben wir nicht auf dumme ideen abschied da alter okay bei dir ist eine ganz knappe geschichte da ja aber ich glaube ich komme da nicht mehr hoch ich glaube ich kann da nicht ich muss noch einmal versuchen noch einmal muss ich versuchen bei mir ich kann es vergessen schade ist das schon wieder ein unentschieden hier nein nein was denn ein was denn ich dachte du schaffst klar ich hab's auch gedacht weil einmal rückwärts versuchen tut mir leid also ich gebe auf ich das ist ja versuchst mal lieber gibt mal lieber auf nein einmal noch vorwärts leute und dann jetzt danach ist auch in dem gelände ich habe es nicht geschafft wieder unentschieden steht trotzdem 21 ab zum nächsten autopaar also steht jetzt immer noch 21 ich werde das nicht überlegen dass mich überlegen ich nehme den bmw okay weil er ist so ein bisschen höher naja aber urus ist jump gefährlich das stimmt auch wieder lenkung wie vorwärts oh mein gott ich muss noch mal versuchen leute ich glaube das kann jumpen ich werde auch hier noch mal anfahren mach das max ich werde hier auch noch mal anfahren oh nein ich bin hier stecken geblieben nein doch was ist das denn hier kommt der so allgemein hoch kommt der nicht gut hoch oh meiner kommt ob ich rückwärts ganz gut hoch wenn ich mich nicht in den sinne ne rückwärts kommt er auch nicht gut hoch muss ja mal ganz kurz player gott mit geben sonst sterbe ich ja irgendwann hier noch aber max ich glaube das wird wohl nichts für dich ne ja es sieht hier gerade noch noch mexien das ding geht leider hier gar nicht mehr ja ok komm ist ja ok du hast einfach den lamborghini verraten was du schon ganz gesagt haben ja das war auch eigener fehler war auch eigener fehler 3 1 kann ich noch aufholen kannst du aufholen 2 autospawn 1 den gegner geben gib mir einfach ein schlechtes auto und dann kannst du ja vielleicht der ist richtig schön flach ist vielleicht was für dich ja gut ich weiß schon was ich weiß auch schon was ich gebe dir natürlich den ersten ja ok ok schön flach nehmen wir mit den nissan hier einmal hier rüber schaffen es easy nein nein auch schon mal nicht weit sehr 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 gut gut sehr gut ok doch nein ich werde es auch noch schaffen ich werde es auch noch schaffen da geht noch was da geht noch was er geht auf einmal voll ab bei ihm ja der war am klettern nachdem meine motorhaube abgegangen ist ey geh weg da geh weg da ja wichtig nein ja das gleich ist bei mir aber auch jetzt ja naja vielleicht schon wieder ne naja ich guck ich bin genauso wie du ja das ist zu steil das zu steil ja ja ich glaube fast ich versuche noch einmal rückwärts und dann ja 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 warte mal ich glaub da könnte was gehen bin gespannt weiß es aber ich darf noch nicht weil da liegt nämlich noch so ein fahrzeugteil von dir also bro wenn das jetzt klappt dann bist du gebrochen naja ok ne klappt nicht gut dann unentschieden immer noch 3 zu 1 also heute ist wirklich eine krasse unentschiedenheit aber du darfst das nächste auto auswählen max ja jetzt ist der bmw oder nimmst du doch hier diesen also rein logisch wäre natürlich der pick-up truck und deswegen werde ich den auch nehmen das war ein fehler warum weil die bmw ist eigentlich gut jumpen können außer ich habe jetzt komplett müll ich mache hier direkt ein gottes jump nein ich habe auch guten jump gemacht aber zwei hinter dir leider da oh mein gott ach schade ach schade ach schade ach schade wie gut er ist 2 kommst du auf gar keinen fall noch ne ne ist vorbei hier bei meinem das ist vorbei das ist vorbei ich akzeptiere direkt 3 2 kann passieren akzeptiere mal aber ich mache jetzt hier comeback junge ich meine jetzt 3 autospawn und das kleinste nehmen max bist du da für ready das kleinste sollen wir nehmen ok alles klar 1 2 oh dritter will nicht dritter will nicht dritter will nicht 2 ich will echt nicht spawnen doch hier ja gut bei mir ist es formel 1 und 3 ok also mein kleines ist es glaube ich hier dieser op groß kann ich auch mit ja 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 doch 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 ich glaube da hat es mich hier nochmal besser getroffen hat es wahrscheinlich auch ich muss mal gucken ob ich das hier drüber schaffe ja schaue ich easy ich habe aber hier keinen schönen jumper hingelegt leider vielleicht auch nicht aber ich werde ihn jetzt machen auch nochmal second try hier second try leute uff 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 ja bitte lande oh mein gott ich bin fast rausgeflogen alter der hat sich noch gefangen alter das problem ist das solo op auto bei mir der jump nicht ja ja also der hat diesen krassen grip ob ich hier nochmal 2 schaffe och Max ja ne der hat sich doch nicht so gut getroffen war ja warte mal warte mal warte mal warte mal er geht doch mal rückwärts echt noch gut power oh dann auch ne ja meine hops bisschen rückwärts aber ist leider zu hoch hier äh Max äh Max pro gib doch einfach auf pro ne 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 du ne 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 war oben das zählt schon erzählt wenn das noch mal so gut hier rückwärts klappt dann da geht noch was niemals 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 heute er kann das ding laut ich werde am ende werde ich so gottlos sein ich werde das safe call hier gewinnen ich habe den japan die zeige ich euch mal ganz kurz ich gehe schon mal runter hier ja das gibt es nicht guck mal ich kann so jumpen ja so nicht schlimm max darf ich jetzt immer noch 32 und war schon wieder das nächste auto auswählen das ist cool so schön schön ich nehme den mclellan mclellan wie tuan sagen würde mein guter freund tuan sagen okay ist nicht schlecht wir flitzen los oh mein gott oh mein gott ja was wo bist du pro mein jump war perfekt oh mein gott hat gott gemacht bro nein mein ich krieg gerade keinen gott champion ja kriegst du schon in bro leute so easy ich habe ein paar mal gejumped und bin perfekt geflogen jumper oh 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 der eine dort hat leider das weg geholt es gibt ja so ein paar die geben dir noch voll speed extra nicht so ein big bababoo jump max komm mal ehrlich kann es aufgeben ja komm was weiß ich das ist also die drei jahre werden muss man realistisch sein werde ich nicht mehr schaffen und damit heißt vier vier zu zwei drei autos auswählen ok 3 1 auswählen natürlich jetzt auch ein motorrad der witz 1 1 2 und die nummer hier natürlich auch wieder aufs nächste drauf und hier wieder das nächste aber ich bin mir auch und das auch von mir läuft es auch und sagt ja das nächste kommt mit wheelies ziehen aber ich muss die richtigen wheelies ziehen ich brauche perfekte entfernen ist doch mittlerweile höher als du das geht doch gar nicht haben diese digger ich glaube hier wird es echt bis nicht klappt und mannächst habe ich auch wieder geschafft ich habe also bei mir ist crazy bei mir ist crazy bei mir ist crazy verdammt ne das war es leider alter zerstört mit dem boot monstertruck ja ist kein problem max das passiert dem besten mal du hast das nächste auto auswählen und ich darf mich entscheiden und mir das gut wirst du den gucci muci chuchi bmw oder willst du den langen black ops 2 das ist jetzt echt eine gute frage ich gehe auf den black ops 2 wagen weil ich glaube dass der mit den extra rädern sich da besser hochkämpfen kann interessant sehr interessant nein ich fliege vorbei ich fliege vorbei ich fliege leider komplett vorbei sind ja ich fliege leider voll vorbei ist noch mal ein lucky jumper zu ein muss ich versuchen bro ich versuche auch mal ein ich versuche auch macht da kommen wir zuerst haben wird sagt doch einfach was wieso musst du mich Home gut landen ja ja gott hier also ich kann murderer moment nach naja nach oben wollt weil auch noch mal wirklich dann also bei mir habe leider mit dem luck exposed nicht so funktioniert aber dann versuche ich jetzt noch mal. Ich versuche jetzt hier noch mal hochzufahren. Oh, der ist gut. Warte, komm wieder in den OP-O, Russ. Hallo, siehst du mich, Max? Hallo, hier hinten. Da vorne, wo du stehst, okay. Leute, da gilt es hinzukommen. Oh, der ist wirklich gut wegen diesen extra Reifen vorne. Oh nein, warte. Oh, 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 oh. Oh, 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 Max, oh, oh, Max. Oh, oh, ist natürlich schwieriger ohne Cheats, Max, ne? Oh, oh, warte, ich muss ruhig bleiben. Ja, entspann dich mal. Ja, ein bisschen, bro, bro. Aber man muss hier so ein bisschen Taktik mal erst ein bisschen runter. Ja, danke. Genau, dreht mich kurz runter ein bisschen. Genau, sehr gut, danke. Und dann so seitlich anfahren. Und dann? Warte, warte. Ich schaffe das hoch, ich schaffe das hoch. Ich schaffe das hoch. Okay, warte, noch mal Abbruch, Mission Abbruch. Naja, ich warte hier so lange, ne? Guck mal hier, ich bin am chillen. Chill du mal, chill du mal noch da. Ich probiere mal rückwärts. Okay, rückwärts kann das Ding gar nichts, okay? Ach, Leute, Max würde der Max nicht erwarten. Und jetzt auf Arm hier drauf, ihr. Nicht mal das schaffst du. Komm schon, noch ein Level, Leute. Das wird nichts, Max. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Zu drei. Ach, schade. Und es ist bald vorbei. Drei Autospawn, das Größte. Nehmen Max. Größte nehmen, okay. Eins. Zwei. Oder der Erste, das Erste, ne? Zwei. Ne, okay, das ist jetzt. Eins, zwei. Oh, starkes Auto. Und drei. Oh, sehr starkes Auto. Oh, ich glaube, der Erste ist auch krass. Der sieht so OP aus hier. Das ist wirklich OP. Am, G, G, L, E, glaube ich. Let's go. Ne, das war kein guter Jump. Okay, Jump, aber nicht so krass. Ich glaube, dein Auto wird es noch locker einholen. Ich weiß nicht, ich bleibe hier schon hängen. Oh. Oh. Bleibe hier gerade schon hängen. Oh, wo fahre ich denn hier? Ich gucke nach hinten und will weiterfahren, aber du bist da. Ah, du? Ne, bei mir ist komplett der Stop. Also hier werde ich mich kein Millimeter mehr hochbewegen. Nein, Bro, es darf doch nicht sein, dass es schon wieder eine Runde an dich geht, ey. 6 zu 3. Bro, du machst aber auch die ganze Zeit irgendwie so Lucky Jumps gefühlt jede Runde. Bro, anders kriege ich nicht. Jede Runde jumpst du nur irgendwie voll weit nach vorne und dann... Max, ich bin ein Lucky Jump Master geworden. Frag mal, Russik, Russik verflucht meine Jumps immer. Na gut, okay, 6 zu 3. Und ich darf das nächste Auto auswählen, wie cool. So, jetzt mal hier ein bisschen sauber machen und dann... Ja? Ich glaube, ich bin ein RS-6 hier, ne? RS-4, sorry. RS-4 sogar. Ich dachte mir, der ist 6 gewesen. Kurze Zeit. Und der ist OP. Der ist OP, Max. Oh Gott. Okay, ich nehme Nissan GTR. Rechts Nissan GTR, aber auch OP. Jump leider auf jeden Fall mal nicht. Oh, 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 oh. Okay. Armin auch hier auf dem Level? Oh, ja, ich schaffe das easy. Ich schaffe das easy, bro. Ich habe auch hier nächstes. Oh Gott, ich muss bis auf das hin. Nächstes wird... Ja, auch nochmal geschafft, wichtig. Hä? Und hier komme ich wieder hoch, aber... Hä, ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch, Max. Ja. Nein. Änder mir. Der Punkt geht nicht. Hier komme ich schon mal hoch. Ne, hier ist vorbei. Ja, sehr gut. Akzeptieren wir. Geben wir Max den Punkt mal, damit er nicht weint, Freunde. Comeback. Comeback, bro. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Oh, okay. Jetzt haben wir, Max, jetzt haben wir drei Autos spawnen und das mittlere von beiden nehmen. Okay. Okay, ich glaube, das wird das höchste sein. Also das... Von der Höhe her das mit der Runde? Ja, 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 genau. Nicht das kleinste und nicht das größte. Oh, ich glaube, ich muss den Krankenwagen nehmen. Ja, ich muss den Krankenwagen nehmen. Nein, ich muss das hier nehmen. Krankenwagen ist nicht so nice. Oder? Ich hätte lieber den ersten genommen. Ja. Guck mal, ich muss Trevor sein Auto holen. Okay. Blitz schon mal vor mit dem Krankenwagen hier. Oh mein Gott, jetzt hätte ich das andere Auto bekommen, hättest du gewonnen, weil das hat Jump und Boost. Ja, ja. Ja, Leute, ich glaube, das wird schwierig. Ja, Krankenwagen... Ja, aber ich habe Trevors Auto. Bro, ja, okay. Ich habe Trevors Auto, Bro, soll ich damit machen? Bro, ich bleib hier schon hängen mit dem Teil. Ich bleib hier schon hängen. Dieser Kasten hier aufsetzt. Komm, okay, noch eins gegen. Bro, ich bleib hier schon hängen. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Der Punkt geht am Max. 6 zu 5. Max macht vielleicht sein Comeback noch. Aber das entscheidet eher. Aber erst musst du hier gucken, welches von den beiden Autos willst du denn haben, Max? Schlimm den Dodge. Na gut, hätte ich vielleicht auch genommen, wenn ich... Oh, der ist schnell, der ist schnell. Äh, Bro, der ist voll krass. Oh, der ist überheftig. Der ist krass. Also, auf jeden Fall OP-Wagen. Heftige Beschleunigung. Da-da-da-da! Bro, er macht schon wieder einen Jump. Da-da-da-da! Jedes Mal jumpt der nur. Muss jetzt hier auch mal einen Jump hinlegen. Der weiß nicht, der wird schüttet. Oh, guck mal, wer hier auch angejumpft kommt. Oh, eins daneben, leider, Max. Hättest du noch eins weiter schaffen müssen, ne? Oh, da feite ich mich jetzt hoch. Da feite ich mich jetzt noch hoch. Oh. Ja! Oh, oh. Oh, I told you. Oh. I told you. Oh. Oh. Und nächstes auch noch. Oh, nein. Bei dem Punkt lassen wir den. Danach werden wir nur noch gewinnen. Das würde ich 6 zu 6. Oh, mieser. 6 zu 6. Ja, okay. Hast du Fernsquare gemacht? Wichtig, wichtig. Du brauchst eigentlich gar keinen Schuss. Du bist gar nicht so schlecht. Come back, Junge. Du weißt doch, ich nicht schlecht bin. Wir autospawn. Ich habe nur gecheated, um dich hochzunehmen. Ja, 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 ja. Alles gut, Max. Okay, eins. Wenn du wirst, dass ich das auch zurückmache. Vier spawnen, eins davon auswählen. Also, vier. Okay, eins. Zwei. 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 Okay, Leute. Motorrad, da kann er auf jeden Fall gut jumpen. Nicht gut. So. Ja, Max, ich fahr mal vor, ne? Ich fahr mal vor. Wie springst du denn da rum die ganze Zeit? Mit Wheelie ziehen. Kennst du den Trick nicht? Boah, du kannst so, was nicht? Ja, doch, ach so. Ach so, ich bin von hinten, sah das irgendwie komisch aus. Es würde einfach so, wenn du die Luft gehst. Dudu, dudu. Dudu. Und. Dudu. Läuft bei ihm schon sehr gut, ja? Und. Dudu. Und, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier. Dudu. Ah, nein. Na, hier, es fängt an. Wie weit kommst du denn? Ja, mit dem Motorrad, easy. Ja, Bro, das kann ich auf jeden Fall vergessen. Oh, Mann, hast du gedacht, du könntest mich einigen, würde ich jetzt gewinnen, Maxchen? Ja, gut, 7,6. 7,6 für dich. Okay. Ja, ja, ja. Und ich darf das nächste Auto auswählen. Und Max, es ist doch, ob wir es was für ein Auto ich holen, oder? Nee. Den OP Lambo. Das ist ein OP Sonic Auto, aber. Ja, ich hätte den Sonic Wagen genommen. Echt? Ja. Weil, guck mal, ich zeige dir gleich einen Trick hier bei dem. Der kämpft sich hoch. Oh. Oh, starker Jump, starker Jump. Du, 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 Bro, ich hab übelst schönen Jump gemacht. Frontflip und hier perfekt gelandet. Bro, ich glaub, du hast dich falsch entschieden. Glaubst du? Ich glaub, du hast dich falsch entschieden, Bro. Ich hab den perfekten Jumper grad gemacht, bis 100 Meter. Ja, okay. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Weil das Auto, guck mal, das bohrt sich rein, geht langsam nach oben. Und dann geht's bis nach oben, bis nach oben, bis nach oben. Und zack. Okay. Und Max, aber da muss richtig anfahren. Hier, nur einmal. Guck mal, siehst du, wie der langsam nach oben geht? Ja. Und dann backt er sich nach oben einfach. Max, geh weg. Zack. Und ein Salto. Oh, Dankeschön. Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Oh, Max, backt er sich bei dir nicht hoch? Nee, auf jeden Fall irgendwie nicht so. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, Max. Und Trick. Hä? Was ist denn das für ein Auto, Junge? Wenn du willst, guck mal, Max, wenn du willst, kannst du selber einsteigen und testen, wenn du ihm nicht glaubst. Willst du es denn einmal testen selber, hä? Nee, nee, alles gut. Und damit steht es dann doch 9, nee, 8 zu 6, ne? 8 zu 6, 8 zu 6. Aber wenn du jetzt noch alles gewinnst, kriegst du einen Unentschieden hin, Bro. Gar nicht gut. Aber es wird schwierig. Max, fünf Autos spawnen und eins davon auswählen, okay? Okay. Okay, fangen wir mal an. 1, 2, 1, 3, 4, 5, oh mein Gott, Digga. Hätte ich nicht den ersten gespawnt, wer hätte ich... Oh mein Gott, warte mal, ich kann trotzdem verlieren. Du hast ein Zombie-Apokalypse-Auto da. Ja. Und ich werde ein Auto-Upgrade machen. Einen darfst du machen. Okay. Einen darfst du machen. Bitte Jump-Funktion, bitte Jump-Funktion. Äh, zack. Nein, ihr kennt Jump-Funktion. Okay, das war's. Lachs damit. Also eigentlich brauchen wir gar nicht zu probieren. Ach, Maxchen. Das ist auch schon wieder gewesen. Schon ein bisschen. Das Problem ist, dass du das Auto-Upgrade hast. Hast du vorne irgendeine Rampe bekommen oder Rampe? Ja, das ist jetzt noch schlechter. Ja, guck mal, ich versuch das gar nicht weiter. Wir haben schon gewonnen, Leute. Damit steht es 9 zu 6. Und wir haben gegen Max gewonnen. Und ich werde das letzte Autopar holen. Und Maxchen. Ja. Hätt sich... Hast du mir die Falschen angelegt? So, ich werde jetzt mal vorfahren. Ja, Gigi's haben ja. Manchmal gewinnt es halt auch mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So, okay. Und mal mal. Hoppsasa. Upsala. Upsala. das schaffen ist glaube ich nicht freunde so da müssen wir ganz kurz gucken wie das hier und da verdammt 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 war das kriegen wir jetzt hin das ging jetzt lasst mich mal kurz mit dem auto fahren also ja kann man kann machen weil ich habe gerade kurz mal so beobachtet wo ist denn hier der sprungknopf bei dem auto eigentlich hier guck mal da so jeder super habe ich angefangen mit dem job markt das mal vier experiment beschädigt selber schuld ich habe die kamera mehrfach gesagt lass dich die punkte machen max selber schuld hör auf gegen mich zu teaten dann höre ich auf gegen dich mein nächster cheat wird ehrenlos ich werde wieder kommen mach's gut tschüss leute wir haben es geschafft lasst ein like und abo da bis zum nächsten mal